Servus, Mario aus Thailand, Satahit. Neueste Nachrichten, Leute. Breaking News. Und zwar die neuesten Einreisebestimmungen nach Thailand. Und zwar ab dem 1. Oktober braucht ihr keinen Impfnachweis mehr. Kein Covid-Test mehr, bevor ihr in den Flieger reingeht. Also keine Impfzertifikate mehr, gar nichts. Das ist jetzt Geschichte. Die Regierung hat die Covid-Situation so eingestuft, wie auf Grippenniveau. Das heißt, ihr könnt jetzt ohne allen, ohne Versicherung, ohne Krankenversicherung etc. ganz normal wie früher nach Thailand einreisen. Ist das nicht toll, Leute? Und zwar, ihr braucht jetzt hier in Thailand ab und zu in gewissen Ämtern oder in Supermärkten eine Maske. Sonst im Freien könnt ihr schon überall ohne Maske rumlaufen, außer es wird irgendwo verlangt, wo zum Beispiel ein Konzert oder irgend sowas stattfindet. Da müsst ihr eben noch eine Maske aufsetzen. Das dient aber natürlich auch zum Selbstschutz, was ja auch ganz wichtig ist. Das Thema Krankenversicherung ist natürlich auch so eine Sache. Das heißt, solltest du hier erkranken und du hast keine Krankenversicherung, die hier in Thailand das Ganze abdeckt, dann kann das natürlich auch etwas teurer werden. Aber wie gesagt, da ist jeder dann selber verantwortlich, wie er gerne das handhaben möchte. Aber, das große Aber, ihr braucht jetzt im Endeffekt gar nichts mehr. Ihr könnt jetzt als ungeimpfte Personen genauso wie als geimpfte Personen nach Thailand einreisen. Also Leute, jetzt ab in den Flieger, rein in den Flieger und ab nach Thailand, Leute. Gibt es was besseres momentan? Nein? Also, wie gesagt, jetzt kommt noch dazu, 45 Tage, da habe ich schon ein Video mal gemacht, mit 30 Tage Verlängerung. Das heißt, ihr könnt 75 Tage bleiben, bloß jetzt die Annehmlichkeiten ohne irgendwelche Covid-Sachen zu bestätigen oder zu mitnehmen, ohne irgendwas online runterladen zu müssen. Leute, jetzt habt ihr wirklich barrierefreies Reisen. Also, reine Flieger und ab nach Thailand. So, schöne Grüße aus Satahhip wünsche ich euch, einen schönen Tag noch, Leute. Vielen Dank an alle, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Abonniert doch bitte meinen YouTube-Kanal. Es ist kostenlos. Herzlich Willkommen, den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Okay, Leute, habt noch einen schönen Tag. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Ihr seid mega spitze, Leute. Tschüss, Servus, Mario aus Thailand, Satahhip. Gute Nachrichten. Tschüss. Servus.